Die refraktive Chirurgie ermöglicht es Ihnen, dauerhaft ein Leben ohne Sehhilfe zu führen. Dabei werden diese refraktiven Eingriffe mit neuester Lasertechnologie durchgeführt. Zum einen Laseroperationen, die Femtolasik, die Trans-PAK oder auch SmartSurf genannt oder die PAK. Je nachdem unter welcher Fehlsichtigkeit Sie leiden, gestalten wir zusammen mit Ihnen den Weg in ein Leben ohne Brille. Dabei wird ein sogenannter Hornhautflap, das ist ein Hornhautscheibchen, mit dem sogenannten Femtosekundenlaser gelasert, zurückgeklappt. Und dann wird die Hornhaut durch Abtrag mit dem sogenannten Exheimerlaser korrigiert. Danach wird dieses Läppchen, dieses Hornhautläppchen, wieder zurückgeklappt und dient als natürliches Pflaster. Wichtige Voraussetzungen für einen refraktiven Eingriff sind zum Beispiel stabile Brillenwerte und ein Alter von über 18 Jahren. Zuerst wird Ihr Auge in der sogenannten Refraktiv-Sprechstunde genauestens untersucht und mit Ihnen die für Sie beste Behandlungsmöglichkeit ausführlich besprochen. Es werden die Brillenwerte vermessen, die sogenannte subjektive Refraktion durchgeführt. Es wird die Hornhaut vermessen, sowohl die Dicke der Hornhaut als auch die Oberfläche der Hornhaut, die Hornhautrückfläche, die Hornhautvorderfläche. Danach wird mit dem Patienten in einem ausführlichen Gespräch erörtert, welches Verfahren der ganzen refraktivchirurgischen Maßnahmen in Frage kommt. Dabei ist natürlich auch der Beruf oder auch die Hobbys des Patienten nicht außer Acht zu lassen. Nicht nur die modernsten medizinischen Methoden, neueste Lasertechnologien, sondern auch die gewissenhafte Betreuung vor, während und nach dem Eingriff sorgen für Ihren dauerhaften und nachhaltigen Seherfolg. Bei uns bleibt Ihr Augenlicht immer in einer Hand. Das Schöne bei den ganzen refraktivchirurgischen Maßnahmen ist, dass die wirklich nur wenige Sekunden bis Minuten dauern. Die Krankheitsdauer nur sehr, sehr kurz ist. Das heißt, innerhalb von ein paar weniger Tage ist man wieder voll arbeitsfähig. Sollten Ihre Brillenwerte so stark sein, dass kein Laserverfahren geeignet ist, bietet Ihnen das Augenzentrum Eckert sogenannte intraokulare Kontaktlinsen an. Das sind Linsen, die hinter die Regenbogenhaut und vor ihre natürliche Linse eingesetzt werden. Diese Linsen sind jederzeit wieder austauschbar und ihre Akkommodation bleibt erhalten. Somit kann Fehlsichtigkeit jeder Stärke behandelt werden. Die Voraussetzung für einen refraktivchirurgischen Eingriff bei uns ist, dass die Werte, das heißt die Brillenwerte und Refraktionswerte, zwei Jahre vor dem Eingriff stabil sind. Wenn dies gewährleistet ist, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich nach der Operation noch irgendwas verändert, sehr, sehr gering. Natürlich können sich die Werte im Lauf des Lebens verändern, dann könnte man aber zum Beispiel auch noch nachlasern, das heißt noch eine Nachkorrektur vornehmen. Der Eingriff selbst dauert nur wenige Minuten. Dabei werden Sie ständig von herzlichem und erfahrenem Fachpersonal betreut. Natürlich haben Sie während des Eingriffs keinerlei Schmerzen. Auch eine kurze Narkose ist möglich, wenn gewünscht. Schon am nächsten Tag erreichen die meisten Patienten schon wieder eine Sehkraft von 100%. Wenn auch eine intraokulare Kontaktlinse nicht möglich ist, kann auch in einem sogenannten Clear Lens Exchange die natürliche Linse gegen eine Kunstlinse ausgetauscht werden. Jedoch können nicht nur jüngere Menschen von der Refraktiven Chirurgie profitieren. Auch ältere Menschen können sich auf ein Leben ohne Brille freuen. So bieten die Augenzentren Eckert zum Beispiel auch die Behandlung des grauen Starrs mit sogenannten Premium Linsen und dem Femto-Sekundenlaser an. Dieser Laser ermöglicht Ihnen eine noch größere Sicherheit bei der Operation und ein noch besseres Sehergebnis danach. Tausende Operationen im Jahr sprechen für sich. Die meisten Patienten kommen in die Augenzentren Eckert aufgrund von Mund-zu-Mund-Propaganda. Es ist toll zu sehen, gerade als Operateur, wenn Patienten mit hohen Brillenwerten in den OP reinlaufen und dann, wenn sie draußen sitzen, keine Brille mehr benötigen. Sprechen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie. Ihr Team vom Augenzentrum Eckert.